Hallo zu diesem kleinen Spot, live vor dem Wattenfall 3 Classic 2010 am 15. August in Hamburg, am Junker Stief. Wir sind hier am Sport Cup 24 Stand und ein kurzer Blick in der nächsten Minute soll ich mal einen Einblick darüber geben, was wir hier so treiben und tun. Das ist der Kassenbereich. Wir haben hier spezielle Aktionen, die wir dann auch dem Publikum präsentieren. Dann haben wir natürlich Helme, Fahrradhelme in allen Größen und Couleurs, die wir im Sonderangebot hier mit anbieten. Natürlich dürfen auch die hochwertigen Rennradhelme bei den Wattenfall 3 Classics nicht fehlen, die wir hier auf den Helmbäumen aufgereicht und gestapelt haben. Und es ist sogar vorgekommen, dass viele Teilnehmer, die heute das Rennfahren sich gestern noch einen neuen Helm gekauft haben, hier bei uns auf dem Stand. Und in dem Bereich haben wir das Angebot an Sonnenbrillen, an sportlichen Sonnenbrillen und natürlich auch speziell für den Rennradsport die Uvex Cro Pro als die Rennsportbrille im Radsportbereich bei Uvex. Ja, dieser Stand ist 36 Quadratmeter groß. Mehr Waren kriegen wir hier gar nicht hin. Wir haben im Lager noch einiges. Wir haben sehr gut hier verkauft, sehr gute Gespräche auch gehabt. Und ja, dabei ist es eigentlich auch schon gelassen. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Wir freuen uns auf Sie, dass Sie uns hier bei den Wattenfall 3 Classics 2011 auch besuchen. Danke.